Ja, mir bricht immer so ein bisschen das Herz, wenn ich das erlebe, was diese ganzen Geschichten von Gesetz der Anziehung und sowas, was die auch anrichten können, weil dann ist es wirklich wie, okay, meine Nachbarin ist offenbar super in ihrem Karma und super in ihrem Gesetz der Anziehungsmeditation, weil die hat ein super Leben und ich habe kein super Leben und mein Karma ist beschissen. Also da gibt es so eine, ich sag mal fast unreife Art und Weise, sich damit selber eins reinzuwirken und das Drama dahinter ist, dass wir lernen, die Außenwelt muss so sein statt anders, damit wir glücklich sind und das ist Kacke in jedem Fall. Sorry, dass ich das so stark sage, aber das ist, wenn wir in unserem inneren Glück, wenn wir in unserem Gefühl lebendig zu sein, davon abhängig sind, dass die Außenwelt nach unserer Pfeife tanzt, dann sind wir Gefangene. Wir sind Gefangene der Umstände und wenn die Umstände bei dir besser sind als bei mir, dann hat das mit mir zu tun. Und im Zweifelsfall führt das zu so viel Selbstzweifel und zu so viel Selbsthass und zu so viel vergeudeter Energie, weil ich muss ja mein Leben im Außen aufpimpen, damit ich innerlich genauso gut bin wie du zum Beispiel. Und was mir so hilft auf meinem Weg ist, ist eigentlich mir fast, ich sag mal bewusst, wirklich richtig wie eingeplant, von meinem Leben in die Fresse hauen zu lassen. Also sagen wir mal so, ich will manifestieren, dass ich jetzt eine mega Karriere habe. Kommt aber nicht. Die Leute melden sich ab aus dem Newsletter, die Leute überlesen mich, niemand findet interessant, was ich zu geben habe, mein Herzensbusiness floppt. Und das ist so, weißt du, klar, da kann ich jetzt sagen, siehste, ich wusste es ja, ich bin es nicht wert oder Gesetz der Anziehung, ich habe was schief gemacht oder was falsch gemacht. Und stattdessen mag ich es zu sagen, so liebes Leben, ich habe immer das gute Mädchen gespielt und du schlägst mir so in die Fresse und du kooperierst so 0,0 mit meinem Herzenswunsch, dann kann ich mir ja wohl alles rausnehmen. Und da gibt es was wie so ein Aufwachen von so einer inneren, unbedingten Wutkraft, die gar nicht wütend ist gegen, sondern die einfach eine Handlungsenergie ist. Von, ich will genau so leben, wie ich leben will. Und das werde ich von den Umständen unabhängiger machen. Das heißt, wenn ich singen will, ich werde singen, wenn ich Karriere machen will, ich werde mich mit diesen Empfindungsaspekten umgeben von dem, wie ich es mir vorstelle, Karriere gemacht zu haben. Und ich fülle diese Dinge innerlich in meiner Einsamkeit, in meiner Erfolglosigkeit mit Kreativität und mit Juice und mit Leben. Und diese Art zu sagen, Lieben, ich werde dir und deinen Scheißumständen verbieten, mich unglücklich zu machen. Ich werde dir verbieten, mich zu enttäuschen. Aus jeder Enttäuschung mache ich mehr Gold. Aus jeder Enttäuschung mache ich mehr Energie. Ich habe das Gefühl, das macht uns unaufhaltsam. Das macht uns unstoppbar. Das macht uns unbedingt. Das ist so wie, ich will es so sehr, dass mir egal ist, ob es funktioniert oder nicht. Es hat schon funktioniert. Denn ich werfe mich mit 110 Prozent von meiner Kraft und meinem Fokus und meinem Potenzial ins Rennen. Und letzten Endes, ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, das Leben, eine unfassbar erfahrene Lehrerin, die testet, das Leben testet, wie sehr wir es wollen, indem das Leben sagt, ich habe verstanden, was du mehr willst als alles andere. Genau das werde ich dir am allerwenigsten geben. Ich werde dich umgeben mit Beweisen dafür, dass du es überhaupt nicht schaffst, dein Traumleben zu manifestieren. Meine Frage ist, brauchst du, dass ich mitspiele, damit du innerlich auf deiner Seite bist? Du darfst mich nicht brauchen, Tigerin. Du darfst nur dich brauchen. Nur dich. Und es gibt was von, wir reden mit dem Leben, wie mit so einer liebevollen Mutter, die uns zuhört und die gut zu uns ist. In der Tiefe tun wir das, weil wir wissen, dass es so ist. Aber das ist an diesem Punkt der Story fast ein gefährliches Wissen. Weil das Leben sagt, weil ich dich so liebe, Tochter, ich stelle dich mutterseelen allein in den Regen. Und wenn du dir jetzt nicht dein Leben rettest und deine Seele rettest, dann rette dich hier niemand. Friss oder stirb. Und das ist wie eine Feuertaufe. Es ist wirklich wie, es ist wie eine Initiation durch das Leben. Zu sagen, du hast nur dich. Du hast nicht mal mich auf deiner Seite. Der Letzte, der vielleicht noch auf deiner Seite wäre, ist der Tod. Aber ihr beide, ihr seid dann schon noch alleine. Und ich glaube, dass wir in dieser Kultur und in unseren Missverständnissen rund um das Gesetz der Anziehung, wir sind nicht vorbereitet auf eine solche Dresche vom Leben. Wir sind eine komplett verweichlichte, komplett kindische und unreife Kultur, die mit Begriffen wie Karma und Manifestation um sich wirft, ohne Verstand zu haben, was das für Urkräfte sind. Und deshalb rede ich über all diese Dinge mit so viel Anliegen, dass wir dieses, es ist wie, es geht nicht um Respekt, aber es geht wie um ein Beben vor Intensität. Du redest hier von, von dem wirklichen Kreieren einer wirklichen leuchtenden Innenwelt. Und das sind Bärenkräfte, die wir dafür entfesseln müssen. Das sind Löwenenkräfte, das sind Tigerinnenkräfte. Das ist ein unbedingtes Wollen. Es ist wie, ich will es so sehr, dass du mich nicht aufhalten wirst, egal wie sehr du gegen mich arbeitest. Und was ich, was ich darin sagen möchte, ist, das Leben scheint eine Lehrerin zu sein, die sagt, ich bin auf deiner Seite. Das verrate ich dir aber noch nicht. Zurzeit bin ich die strengste Prüferin der Welt und ich lasse dich durchfallen und durchfallen und durchfallen und durchfallen und durchfallen und durchfallen. Und wenn man da steht und sagt, du hast mir so in die Fresse geschlagen, ich schulde dir gar nichts, ich nerv dich zu Tod und ich stehe hier morgen wieder auf der Matte, dann sagt das Leben, Ich brauchte gar nicht, dass du zu dieser Prüfung inhaltlich nochmal antrittst, denn dass du deinen Kram verstanden hast, Tigerin, das weiß ich längst. Das weiß ich länger, als du es weißt. Aber ich brauchte, dass du auf nichts und niemanden mehr Rücksicht nimmst, dass du nur noch in dir selber brennst. Und diese Art von Radikalität erlebe ich als etwas, was einem immer wieder die Beine bricht, aber was einen, finde ich, gleichzeitig stark und demütig macht. Und das ist das, was für mich der Essenz von dem, was ich manifestieren möchte, näher kommt als der Höhenflug in der Außenwelt. Und das ist das, was mir gehört.